so es hilft ja nichts wir müssen weitermachen herzliche grüße und ja passobacht ich habe jetzt ich bin heißer entschuldigung von dem vielen sprechen ich habe jetzt ausgeschaltet und habe meine lösung wieder ein bisschen aktualisiert hier und hochgeladen schon und ja und jetzt neu geladen hier haben wir gespeichert und ja passobacht also wir sind hier in unserem basislager in der verwirrenden unterwasserhöhle und haben jetzt gerade eben da hinten in der bräunlichen öffnung da war ein kristall oder und wir haben da den hebel gezogen und als wir zurück fuhren mit dem uva kamen zwei taucher und die haben wir mit dem uva torpediert und dann ploppte sofort wo der zweite ist das war der andere weiß ich jetzt nicht und dann ploppte sofort der erfolg stille welt auf benutzung unterwasserhöhle um die taucher zu besiegen es sind vier taucher also einen wenn man das zweite uva holt und raus fährt den zweiten wenn man hier rein kommt wenn man mit dem uva dann hier rein taucht also mit dem uva legen wenn man hier mit dem uva rein taucht kommt der zweite und jetzt gerade an der stelle wo man da hinten den hebel gezogen haben und wieder zurück wollten kamen nummer drei und vier und dann ploppte sofort der erfolg auf stille welt und jetzt sehe ich dass hier plötzlich das tatsächlich das dritte uva ist und wir müssen drei uva benutzen und jetzt versuche ich mal dass ich einfach mal ganz frech da rein tauche und das benutze ob das jetzt klappt oder ob dann da plötzlich wieder eine wand ist das willst du jetzt wissen jeder ist tatsächlich eine wand ich kotze gleich das gibt es jetzt nicht gerade eben war die wand noch weg also okay ja es heißt jetzt wenn ich wieder zurück tauche ist die wand wieder da oder weg ich mag nicht mehr also da ist eine wand aber es heißt dass wir erst durch den raum mit denen wir müssen jetzt hier rein und da weiter und dann da hinten raus darunter dann drauf und drauf so das machen wir jetzt okay gespeichert haben wir ja so also luft holen und jetzt speichern und jetzt müssen wir zu den stampfern und das heißt wenn wir dann bei den stampfern wieder raus kommen müsste dann die wand weg sein oder wie oder ich mag nicht mehr speichern na schau mal gut ja ist ja wurscht wir machen jetzt einfach mal wo geht es denn hier raus nirgends nirgends wir müssen jetzt da raus aus dem haus die steuerung ist ein bisschen wackelig und da muss man jetzt immer so im kreis in spirale tauchen sonst stößt die laura immer an irgendwo und aha da hört man die musik schon wir sind richtig irgendwie aber wie mit dem dritten dreck so wie ja das weiß ich nicht so das muss jetzt irgendwann noch kommen und jetzt müssen wir raus aus dem haus und anders geht es ja nicht jetzt warte müssen wir da raus wieviel speicherplätze habe ich jetzt noch na gut was künkelt denn hier auch e mail jetzt speichern wir hier mal drüber jetzt was sowas das speichern wir hier mal drüber spiel speichern obwohl es wurscht ist speichern wir da drüber speichern so also äh gehe auf dem schickern land und springe das nächste becken wo du hapunen findest und einen unterwasserhebel ziehst nächste becken das ist das hier oder die drecks hapunen sieht man immer nicht ein wo ist der drecks äh wo ist der liebe unterwasserhebel da da bin ich also irgendwie müssen wir da jetzt noch was macht jetzt der dreckshebel gar nichts ich übergebe mich um die flammen zu löschen sind die auf zeit geh wieder an land geh dort wieder an land flammen zu löschen gut geh dort und dann müssen wir da rauf oder um die flammen zu löschen sie ist das auf zeit steige einen block höher und springe auf die erste dann auf die zweite plattform über dem wasser da drüben sind die stampfer speichern da falle ich jetzt runter das weiß ich spiel speichern eine plattform über dem wasser hier kannst du links wertsachen holen hier kannst du links wertsachen holen ja ich kann mich schwach erinnern da kommen die kartoffelstampfer und da ist so ein blöder tunnel und alles hier kannst du links wertsachen holen mich täte es wirklich schwach interessieren wann wir zu dem drecks dritten uva kommen gut dass wir darüber mal gesprochen haben dann geht es weiter zum ausgang und dort zu den zu drei kartoffelstampfern rechts die dinger da die du einen nach dem anderen durchläufst ich mag nicht mehr wer denkt sich denn so ein mist aus die core design leute als asso entschuldigung so zieh dich am ende hoch und spring mit anlaufgriff an das gitter an der decke und da links ist eine öffnung drin in zweite ja in zweite bayern und wann kommt der drecks dritte uva spiel speichern hange bis zur gegenüberliegenden wand und lasse los anlaufgriff oder wie anlaufgriff und da drüben ist noch ein ding oder wie warte anlaufgriff hange bis so findest du fragte munition zieh dich da den gang so dass du wieder nach oben an das gitter springen kannst und hange so der öffnung hinter dem wasserfall aha das kommt später noch ja nee ist ja klar oh warte moment wir müssen ob auch passen dass wir am gitter bleiben dahin hangeln oder da und da jetzt einfach runter alter schwede hol ich mal speichern speichern und lasse los hinter der rostigen metallschräge findest du das hinter welcher rostigen metallschräge das da oder wie das ist die rostige ja gut im alten grafiksystem aber die rost 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 rostig ah das ist mein uva oder rostig gut so ist sie rostig weiß keiner rostig mit halbe zieh dich dann zu dem gang hoch so dass du wieder nach oben an das gitter springen kannst mag nicht und was ist da unten tschuldige da geht es wieder dahin oder und äh 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 tschuldige mich interessiert es immer noch schwach wann das dreck so wie auch kommt warte tschuldige das will ich jetzt wissen jetzt ist es immer ja mit der kamera ist sieht man es ja nicht also da ist es ja irgendwie immer anders warte ah nee zu und was ist da hinten für schöne sache nix mit soße da geht es dann raus und ich mag nicht mehr alter was soll denn das sein da ist dann geht es zum ende zu oder wie und hang jetzt also jetzt wieder ans gitter springen wasserfall wasserfall wir müssen jetzt dahinter den wasserfall wo auch passen am gitter bleiben und Da ist ein Schlüssel, da ist jetzt der Heizraumschlüssel oder was? Jetzt warte. Lasse los, greife die Kante. Ziehe dich in die Öffnung. Lasse dich auf der anderen Seite herunter, benutze den Schlüssel, genieße Kristall 11 und drücke den Schalter. Schlüssel zum Heizraum. Aha, das ist das, was der eine Idiot da... Da geht jetzt die Tür auf. Und dann ist noch irgendwas aufgegangen, oder? Und das ist jetzt Kristall 11. 11 sind es, das ist Kristall 11. Entschuldige. Genieße den Kristall 11. Ja, ich wollte halt schön schreiben hier, hallo. Drücke den Schalter. Und was macht der Schalter? Jetzt geht es wieder zu deinem Uwe an. Du musst nun zurück in die verwirrende Unterwasserhülle. Ui. Warte, wir sprechen mal. Spiel mal Spaßes halber und Energy trinken. Spiel speichern. Der macht jetzt das Ding da wahrscheinlich, oder? Schalter. Aha. Der hat irgendeinen... Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Und jetzt müssen wir zurück zum Uwe an das andere Uwe auch. Jetzt müssen wir zurück zum Uwe auch. Also runter, oder? Und jetzt müssen wir zurück in die Unterwasserhülle. Speichern. Also ich fahre jetzt einfach mal in die Unterwasserhülle, oder? Du musst nun zurück in die verwirrende Unterwasserhülle fahren. Und dort auf der gegenüberliegenden Wand, also Eingang, also da wo wir reinkommen sind. Links oben. Kann man da rückwärts fahren, nicht, gell? Ich speichere jetzt Spaßes halber nochmal. Jetzt warte. Speichern. Jetzt bin ich gespannt. Wir müssen jetzt zurück in die schöne Hülle. Und jetzt kenne ich mich bald nicht mehr aus, weil ich muss in die Schlangenlinien fahren. Sonst stößt sie immer an der Wand an. Und da kommt ein... Ja, wenn ich mit dem Uwe auch bin, macht mir das nichts. Und jetzt... Wo ist denn jetzt der dritte Uwe? Ja, ist der jetzt da? Juchuhura? Oder ist der nicht da? Der ist da. Ich kotze gleich. Nimm das Ding. Jetzt ist der Volk da. Ich kann nicht mehr. Jetzt ist der Volk da. Und jetzt ist aber die Lufthülle weg, oder? Ich habe nämlich langsam keine Luft mehr. Jetzt ist die Lufthülle weg. Aber ich habe den Erfolg. Oder? Düdüdü. Wir haben den noch gar nicht mehr. 1913. Jetzt warte. Also Erfolg. Ich muss jetzt schauen. Wie Unterwassergarage. Erfolg. UW-Garage. Also wir haben es. Ja. Bloß. Aber wir haben... Was man hat, hat man. Der geht nicht mehr weg, der Erfolg. Fahre... Violette Öffnung. Dann links und... Wieder links. Zue ich die dann... Direkt nach oben bis zur Wasseroberfläche. Also, pass auf. Aber wir haben den Dreckserfolg. Und da kriege ich... Da ist jetzt aber die Lufthülle weg. Die Luftdings weg. Freunde. Also machen wir es nochmal. Warte. Wir fahren runter. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwo Luft kriegen, oder? Weil sonst wird mir das zu knapp hier. Komm, ich... Komm, wir nicht schon nicht mal mehr raus hier. Irgendwo müssen wir doch da Luft kriegen. Jetzt warte. Und da rechts, rechts irgendwo drin. Oder kriegen wir hier Luft? Da kriegen wir Luft. Nee, da nicht. Der macht nichts. Der will nur spielen. Hier kriegen wir Luft. Und jetzt fahren wir mal... Jetzt fahren wir mal raus. Wir müssen in die violette... Das ist die violette Öffnung. Links oben. Und dann da raus aus dem Haus. Und dann rauf, oder? Immer mal rauf fahren. Aber wir haben den... UWA... Das ist so, als wenn sie sterben wird. Du sollst rausgehen. Ich übergebe mich. Also wir haben den schönen Erfolg. So, jetzt sind wir da. Fahre weiter. Violette Öffnung. Dann links. Bla, bla, bla. Wasseroberfläche. Hole das Medipack auf der einen Seite und schwimme dann zur Pendelfalle. Ich mag nicht mehr. Medipack auf der einen Seite, schwimme dann zur Pendelfalle. Wie viele haben wir? Elf Kristalle. Sechs von allen Secrets. Zwei Fundstücke fehlen noch. Dann zur Pendelfalle. Jetzt machen wir das fertig. Ich mag nicht mehr. Bayern. So. Stell dich an die linke Wand, springe zwei Schnitte von der Kante im Begriff und ziehe dich hoch. Was ist da unten? Oh, das sieht nicht gut aus. Stell dich an die linke Wand, springe zwei Schritte von der Kante mit Griff zum ersten Steg. Eins, zwei. Mit Griff zum ersten Steg. Check. Zum ersten Steg und ziehe dich hoch. Wenn du direkt an der Wand stehst, kannst du gefahrlos zur anderen Seite gehen. Check. Check das. Speichern. Ich will jetzt da rauskommen. Ja, ich will speichern. Speichern. Wenn du direkt an der Wand stehst, kannst du hier springst mit Griff zum zweiten Steg direkt an der Wand und ziehst dich hoch. Hier springst du mit Griff zum zweiten Steg direkt an der Wand und ziehst dich hoch. Und dann speichern und dann raus aus dem Haus, oder? F5 speichern. Ich will das hier beenden. Sag ich mal höflich. Ich will speichern. Gehe an der Wand zum anderen Steg und springe mit Griff zum dritten Steg und dann zum Ausgang. Habe ich gespeichert schon, gell? Am Ende des Ganges begrüßt dich ein Schütze. Also Vorsicht. Na, der kann mich jetzt auch noch. Ja, wir haben zwei. Jetzt warte. Warte, warte. Ich weiß es. Zwei Sachen fehlen uns noch. Eins ist die Rakete da in dem Schach beim Balsamöl und eins kriegen wir vielleicht noch, oder wie? Nein, ist ja wurscht. Schütze. Hat der was? Ne, der hat nix. Alter Schwede. Okay. Vorsicht, ziehe dich lieber am Beginn des Ganges links oben in die Öffnung. Was? Beginn des Ganges links oben. Die, die hier hängst du mit der Öffnung und klettere, bis du an einem großen, tiefen Schach kommst. Warte mal, und da drüben? Wir müssen jetzt nur noch raus aus dem Haus. Wir haben alle Erfolge und alles. Alte. Genau, wir müssen jetzt da irgendwo raus, oder? Ich mag mich nicht. Links oben am Gletter, bis du an einem großen Schach kommst. Ja, da müssen wir, ja, rein theoretisch sind wir hier schon fast fertig. Jetzt warte. Alter. Das machen wir jetzt noch fertig, komm her. Bis du an einem großen, tiefen Schach kommst. Springe mit Anlaufgriff zur Öffnung gegenüber. Lasse los, greife die Kante und ziehe dich in die Öffnung. Was macht das da unten? Ziehe dich in die Öffnung. Kriege weiter, bis du wieder den Schacht erreichst. Also eins wäre die Rakete gewesen. Und eins haben wir anscheinend trotzdem noch irgendwie vergessen, oder so. Also wirst du interessiert, keine Sau. Komm, geh da hin, Mädel. Und jetzt, wo sind wir denn jetzt? Du sollst da rausgehen. Speichern. Alter. Spielspeichern. Ja, hab ich gespeichert, gell? Das gleiche. Äh, nun, kriege ich weiter, bis du wieder den Schacht erreichst. Und mit Anlaufgriff nach gegenüber springst. Folge nun weiter dem Gang. Mehr ist da ja nicht. Also da ist ja jetzt hier nicht noch irgendwo ein Ding oder so. Oder ein Ding. Das wäre jetzt da. Ne, das war ein anderer. Na, ist ja wurscht. Ach, ist mir jetzt drecks egal. Da war der Kollege, oder? Da sind wir reingekommen. Da wäre der Kollege gewesen. Ist da hier in irgendeinem Schacht noch ein... Warte, was war denn da? Ne, war nix. Ist da hier irgendwo noch irgendwo irgendwie irgendwas, oder was ist denn da? Wie eine schöne Sache. Was ist denn das, du misst? Ja, ne. Da ist die Lara. Irgendwo ist die Lara. Da ist die Lara. Was ist das für eine schöne... Ach, da sind wir hergekommen. Da rüben, da rum, da rüber, da rein. Und jetzt sind wir da raus, oder wie? Kann das sein? Alter. Ich mag nicht mehr. Also, zwei Sachen. Eins wäre die Rakete in dem Schach gewesen. Und eins haben wir trotzdem noch vergessen, oder wie? Na, so wurscht. Wir haben alle Kristalle, elf. Wir haben alle Sykes. Mehr wollen wir nicht. Wir haben die zwei Erfolge. Mehr ist es nicht. Folge nun weiter dem Gang. Ja, müssen wir jetzt müssen wir hier irgendwie vorher speichern. Man kann es auch spannend machen. Mensch, Mann, Meier. Ja. Ja. Ich mag nicht mehr speichern. Und jetzt ist es Ende, oder wie? Oh, nee. Ja, jetzt müssen wir das Video noch anschauen. Da kommt die Sophia, oder? Ah, Miss Croft. Ich nehme an, Sie wollen sich verpflichten? Wozu? Zur Arbeit für die Firma. Sie wären die perfekte Verkörperung meiner Produkte. Überlegen Sie nur. Sie bräuchten diese unansehnlichen Waffen gar nicht mehr. Das nicht, aber Ihren früheren Versuchsopfern nach zu urteilen, bekäme ich dafür ein unansehnliches Gesicht. Meinen was? Oh ja, Sie leben noch alle. Sind sogar ausgesprochen munter. Ich will nur das Artefakt. Sicher. Im nächsten Leben. Das werden wir noch sehen. So. Äh, ja, gut. Und das geht aber hier gleich. Warte. Speichern. Muss man da schnell? Nee, warte. Muss man hier mal speichern. Ganges. Ganges. Spiel speichern. Ja, du kannst es ausschalten. Ich schau gleich aus. Wir willst nur mal kurz gucken, wie das hier in der neuen Grafik ausschaut. Ja. Da ist in irgendeinem Himmels oder? Nee, da bin ich rausgekommen oder wie? Da bin ich rausgekommen oder nochmal zurück oder wie? Da bin ich rausgekommen. Aha, nee, da kommen wir nicht mehr zurück. Da bin ich rausgekommen, oder? Scheibengeister. Aha, das ist irgendwie. Da ist eine Tür. Ich will es jetzt nur schnell gucken, was da alles gibt. Du kannst es ausschalten. Wir machen gleich weiter. Alter Schwede. Wahnsinn. Ja, und jetzt müssen wir gegen die Sophia kämpfen. Eigentlich ein nicht sehr langes Level. Wir müssen uns da raufackern. Du kennst ja, weißt du, oder? Dabei gegen die Sophia immer ausweilen. Und dann zu dem, was wir jetzt schon hören, nämlich zum Schraubhuber-Hochschrauber. Und da ist aber noch ein Secret, oder? Und da ist der Schraubi. Da müssen wir hin. Nein, das ist nicht. Gut. Und da drüben, da ein Secret oder so, glaube ich, gibt es da noch, oder? Oder zwei sogar, oder so. Na ja, ein bisschen dauert es hier schon noch. Also, ganz so leicht ist es nicht. Und hier drüben ist irgendwo das Secret noch, oder so. Und da gleich. Na gut, okay. Wir gehen nur mal spaßesalber raus, dann kommt die gleich, die Dame, oder? Nur mal rausgehen, so spaßesalber. Jetzt geht die Tür zu. Und wir können aber nicht gegen sie kämpfen. Kennst du ja, oder? Das sieht aber in der alten Grafik fast ein bisschen schöner aus, irgendwie. Okay. Also, lassen wir das ruhig mal so stehen. Wir machen hier Pause und gehen nach Hause. Tschüss, bis nachher. Tschüss, bis dann, wer. Tschüss. firmly